Und der letzte Tanz für heute, ja, so schnell geht das, ist der Chill-Faktor, der war gewünscht, ob wir den nochmal trocken machen könnten, aber natürlich die 48 Counts, jetzt der Chill-Faktor, die Musik wird nachher auch die Gammensammelrisse sein, später bei den Partys, wenn ihr den richtig könnt, dann lange und schnelle Festung davon. So, wie wir den immer in Abfasschritten, wie wir das so machen, wenn ihr etwas spiel den Tänzen, rechts beginnen, Brush, Turn, Drehen, Drehen, Fülle, Drehung, Kick, Boy, Step, Kick, Boy, Step, Hüffel, Turn, Halbe, Drehung, Hüffel, Turn.